Nächster Halt ist Essen Hauptbahnhof. Unsere S-Bahn endet dort. Auf Wiedersehen. Nächster Halt ist Essen Süd. Nächster Halt ist Essen Stadtwald. Nächster Halt ist Essen Hügel. Nächster Halt ist Essen Werden. Nächster Halt ist Kettwig. Nächster Halt ist Kettwig Stausee. Nächster Halt ist Hösel. Nächster Halt ist Ratingen Ost. Nächster Halt ist Düsseldorf Rat. Nächster Halt ist Düsseldorf Rat Mitte. Nächster Halt ist Düsseldorf Derendorf. Richtung Düsseldorf Flughafen und Duisburg bitte in die Linien S1 oder S7 umsteigen. Nächster Halt ist Düsseldorf Zoo. Nächster Halt ist Düsseldorf Werhahn. Nächster Halt ist Düsseldorf Hauptbahnhof. Richtung Neuss, Mönchengladbach, Wuppertal, Dormagen, Karst und Mettmann bitte in die Linien S8, S11 oder S28 umsteigen. Nächster Halt ist Düsseldorf Volksgarten. Nächster Halt ist Düsseldorf Oberwilk. Richtung Solingen bitte in die Linie S7 umsteigen. Nächster Halt ist Düsseldorf Eller Süd. Nächster Halt ist Düsseldorf Reisholz. Nächster Halt ist Düsseldorf Benrath. Nächster Halt ist Düsseldorf Gerath. Nächster Halt ist Düsseldorf Hellerhof. Nächster Halt ist Langenfeld Berghausen. Nächster Halt ist Langenfeld im Rheinland. Nächster Halt ist Leverkusen Rheindorf. Nächster Halt ist Leverkusen Küppersteg. Nächster Halt ist Leverkusen Mitte. Nächster Halt ist Leverkusen Bayerwerk. Nächster Halt ist Köln Stammheim. Nächster Halt ist Köln-Mülheim. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Richtung Bergeschlagbach bitte in die Linie S11 umsteigen. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. Nächster Halt ist Köln-Buchforst. Nächster Halt ist Köln-Messe-Deutz. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Richtung Hennef und Au an der Sieg bitte in die Linie S12 umsteigen. Richtung Köln-Bonn-Flughafen und Trostdorf bitte in die Linie S13 umsteigen. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Next Stop Cologne Tradefair, Deutz. For Cologne-Bonn Airport please change onto line S13. Exit to the left in the direction of travel. Nächster Halt ist Köln-Hauptbahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. Nächster Halt ist Köln-Hansaring. Richtung Horem und Düren bitte in die Linien S12 oder S13 umsteigen. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. Nächster Halt ist Köln-Nippes. Unsere S-Bahn endet dort. Auf Wiedersehen. Richtung Köln-Chorweiler und Neuss bitte in die Linie S11 umsteigen.